Jo... Äh... Ja, ich glaube jeden Tag fange ich so an mit der gleichen... Äh... Begrüßung ins Video. Begrüßung... Kann man das noch nennen? Ich weiß es gar nicht. Anyways, das Event existiert. Ja, ist mir auch egal. Ich weiß, dass es es gibt. Ich werde es aber erst am letzten Tag spielen, also in vier Tagen. Genau, ansonsten... Heute kommt mein Bruder nach Hause. Das heißt, vielleicht werde ich die nächsten Tage während dem Stream muted sein. Oder ähnliches. Ja, ansonsten... Heute gibt es nicht so viel zu tun. Das ist das Übliche. Ich mache Dailies. Äh, ich crafte mein Resin um, mache Dailies und dann schaue ich mal... Äh, nicht Dailies, sondern äh... Crafte mein Resin um, hole die Dailies ab, warte ich bin sogar mal vom richtigen Team. Ja... Das hier... Anderes Zeugs und dann schaue ich mal. Danke, dass du kommst. Und dann sollte es für heute reichen. Gestern war ich noch etwas länger im Obiss, um ein paar Yelan-Teams rauszutesten. Heute glaube ich, aber werde ich das jetzt nicht machen. Ich wollte eigentlich noch meinen Yelan-Guide fertig machen, aber gestern und vorgestern hatte ich dann nicht mehr so viel Zeit dazu. Ich hätte vielleicht gestern noch Zeit dazu gehabt. Aber ich war gestern actually saumüde und hätte es nicht mehr auf die Reihe gebracht, was Gescheites zu machen dafür. Ähm... Genau, und dann vorgestern musste ich halt die Bachelorarbeit durchlesen. Und heute kommt mein Bruder nach Hause. Das heißt, wenn das der Fall ist, könnte ich die nächsten vier Tage glaube ich nicht mehr. Oh, ich weiß gar nicht wie lange er zu Hause bleibt, aber wenn er zu Hause ist, kann ich ja natürlich keinen Yelan-Guide aufnehmen. Das heißt, ich müsste den heute fertig bekommen, sonst werde ich den Yelan-Guide actually erst viel zu spät rausbringen. Es ist jetzt schon zu spät, um ehrlich zu sein. Weil Yelan ist schon seit fast einer Woche auf dem Banner. Jetzt noch ein Yelan-Guide raushauen, das ist eigentlich übelst dumm. Aber ich habe da schon irgendwie auch 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden Arbeit reinfließen lassen. Wenn man das ganze Testing mit drei zählt, sind es eigentlich so 7 Stunden fast. Also mit Testing meine ich nochmal extra Teams, die nochmal nur für den Guide gedacht sind, dass ich... Weil häufig spiele ich ja manche... Ich teste schon langfristig viel, aber ich... Ich teste jetzt auch nicht alles, alles. Wie viel Yelan hat sie gerade? Uh, das ist nicht wenig. Warum ist gerade die mieseste Zeit, um Genshin zu streamen? Ha, jetzt habe ich einen Stream-Titel genannt. Ähm, ja Matthias, rate mal, schau mal wie viel Uhr es ist. Es ist Montag, 14 Uhr 6. Oder Dienstag, my bad. Dienstag, 14 Uhr 6. Was denkst du, wer so normalerweise dann in einen Genshin-Stream, in einen deutschen Genshin-Stream kommen würde? Richtig niemand. Richtig niemand. So basically niemand. Bis auch so ein paar. Leute, die halt grad frei haben. Valid. Und deshalb so, und auch in Europa, selbst wenn so... Oh mein... Holy shit, ist das Piece bad. Es ist halt wirklich insane, wie schlecht das Zeug sich bekommen. Wie gestern schon gesagt, es ist nicht nur schlecht. Es ist so schlecht, dass es schon wieder selten ist, wie schlecht es ist. So schlechte Pieces zu bekommen, wie die hier. Also dass es genau so scheiße sein muss, oder schlechter. Und dann... Äh, dann sind es Max Roads natürlich, ähm... Das ist selten. So, dass du nicht mal einen gescheiten Stat bekommst, ist halt so, wow. Das ist insane. Okay, das ist actually gar nicht mehr so bad. Aber es ist auch nicht gut wegen Defense Flat. So, das würde ich nicht rollen, weil es komplett Dogshit ist. Wobei vielleicht roll ich, wenn es voll Crit gehen würde. Aber es ist sowieso ein Crit-Rate-Set. Also ich glaube nicht, dass ich es machen will. In Brasilien gibt es aber auch eine deutsche Kolonie. Vielleicht schaltet man ja dort ein. In Brasilien. Weißt du, wieviel es gerade in Brasilien ist? Mach dir selbst nach Hause! Re... 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 Woher? Re... Nicht 14 Uhr... Ja... Und was denkst du wieviel Uhr die da in etwa haben? Wird mal behaupten, die haben da so in etwa 1 bis 4 Uhr nachts. Ich weiß nicht, wie viele Leute da noch existieren An einem Montag auf Dienstag Brasilienzeit Oh ne, actually, ich hab gelogen Es ist nicht 1 bis 4 Uhr Es ist 9 Uhr 8 Morgens Meinst du, jemand wird An einem Dienstag um 9 Uhr morgens Einem Streamer zuschauen Der Genshin Impact spielt Brasilien ist jetzt auch nicht wirklich Das Land, das am bekanntesten dafür ist Eine große Genshin Community zu haben Ja, klar Bestimmt, Matthias Bestimmt, holy fuck Wow, also Wow Wow Ich bin voll richtig dumm, was ich gerade gemacht habe Ja, hey Stopp Das, Kanz, ist für dich Halt die Linie Ich bin voll Ich bin voll Ich bin voll Ich bin voll Lustigerweise sind 3,5k Ticks von Kokomis Jellyfish gar nicht so viel Heals Wie wenn es in einem Nilu Team ist Weil Nilu Belumens halt einfach so viel Damage machen Ich glaube, das macht so teilweise auf einen eigenen Charakter 600 Damage oder sowas 600 bis 900 Es ist 3,5k Ticks sind gar nicht so viel, weil du Okay Sure Das Piece wäre eigentlich sogar ein insanees Nilu Piece, wenn ich Nilu Sands Offset nehmen könnte Kann ich aber nicht Ich schau trotzdem kurz Bin auch erstmal weg, komm aber später wieder Alles klar, Matthias Und bis später, I guess Bis später, ich bin zu dir Oh, mach ich mal die dring, das war So so dumm Okay So So Eine Minute zur Erinnerung! Und wie seht's heute? Oh, wow, drei Pieces. Komplett Dogshit. Oh, der ist gejoint. Jo, was geht? Du hast gehört? Ne, ich hab's gesehen. Achso. Hi. Oh, wow, was ist das für ein Piece? Defense%, HP%, Defense, Flat Attack, wow. Beste. Alles ist halt wirklich krass. Wie schlecht die Pie... Die Sache ist halt, ich hab ja für vier Tage auf Frosch seinem Account Artefakte gefarmt, als er weg war. Ich hab an einem Tag, an jedem der vier Tage jeweils, glaube ich, immer bessere Pieces bekommen, als ich hier in einer Woche bekomme auf meinem Main-Account. So, auf Frosch seinem Account krieg ich in einem Tag mehr gute Pieces und teilweise auch wirklich viel bessere Pieces. Eins, das so irgendwie, ich glaub, 40 CV fast hatte, richtiger Main-Stat und dann noch ein okayischer Sub-Stat. Auf dem On-Set, auf dem On-Set, auf Frosch seinem Account. So, ich krieg das so häufig auf seinem Account. Aber wenn ich auf meinen komme, krieg ich wirklich nur Dog-Shit. Es ist unfassbar. Es ist for real unfassbar. So, ich hab wirklich das Gefühl, es ist accountabhängig. So, wie gut dein Zeug ist, dass du bekommst. Weil die Pieces, die ich hier bekomme, halt wirklich so trash sind. Ja, und ich find's... Ah, wow. Stark. Es ist halt wirklich krass. Energy, okay. Wenn das hier Full-Crit gehen würde... Trust. Wow, Minroll-Crit-Rate. Okay, dann könnte man's trotzdem throwen, weil Minrolls schlecht sind. Für ein Piece, das ohnehin schon nicht gut ist. Und jetzt geht's in Defense-Flatten. Ich kann's throwen. Ah, yeah. Ist auch schlecht. Und das Piece wäre nur okay, wenn's Full-Crit gegangen wäre. Wow. Also, wow. Was ist das? Ah, okay. Ne, also... Das ist halt einfach unfassbar. Jetzt geh ich wieder auf Artefakt-Route, aber ich hab vergessen nachzuschauen, wie viel... Wie viel Artefakt ich hab... Was hör ich eigentlich bei dir grad, Fezen? Ne, was wärst du bei mir? Ich höre irgendwas. Äh, kannst du es beschreiben? Ich weiß nicht, irgendwas ganz leises. Ne, ich hab... 116 Artefakte gemacht heute oder so. Mit der Route, ja. Artefakt-Route? Ja, ja. Wait, holy shit, ich hab langsam echt viel Artefakt-XP. Oh mein Gott. Ja, ich würd davon ausgehen, dass... Dieses... Dass ich so viel Artefakt-XP nur hab, weil ich... Überhaupt keine Artefakte bekomme, die man leveln kann, weil sie so dorkshit sind. So selbst mein Co... Actually, ich hab ja früher immer noch wenig Artefakt-XP gehabt, weil ich noch meine Co-Pieces gelevelt hab. Inzwischen sind meine Artefakte so schlecht, dass sie nicht mal mehr als Co-Pieces levelbar sind. So früher hab ich zumindest noch so Pieces bekommen, die hatten so Single-Crit und dann Double-Flats. Und das hab ich noch gelevelt. Aber ich krieg nicht mal sowas mehr heute, ne? So, ich krieg einmal gefühlt alle 10 Domain-Runs. Okay, das ist ein bisschen Cap, aber so... Einmal alle 2 oder 3 Condensed Resen krieg ich so einen 3-Line mit einem Crit-Substab. Und wenn ich das level, läuft's halt scheiße und dann kann ich's nicht weiter da drin. So, ich schwör, so... Actually, selbst die Co-Pieces von früher, meine Pieces wären actually immer schlechter. Ganz am Anfang, als ich Genshin angefangen hab auf diesem Account, so meine XL war nach irgendwie ein paar Wochen Investment auf einem Top 1% Build. Immer noch nicht so krasses Glück wie bei Maxi, aber ich hatte actually relativ gutes Artefakt-Luck für meinen XL. Für meinen anderen Charakter hatte ich actually relativ dogshit-Luck, aber zumindest für XL in Emblems hatte ich ziemlich gute Pieces. Ich glaub, das hier hatte ich schon früher, das hier hat... Actually, das weiß ich gar nicht, ob ich das schon früher hatte. Aber ich glaub auf jeden Fall... Ne, das hatte ich schon früher, ich glaub das hier ist ausgetauscht, ich hatte früher ein anderes Piece. Auf jeden Fall, ich hatte schon sehr sehr gute Pieces. Auch das Goblet damals war schon ziemlich gut, also ich hatte eine Top 1% XL. Ja, was ist das? Komm mal kurz rein. Jo, mach ich. Egal, ich hatte halt eine sehr gute XL früher schon. Ähm... Hat sich mit der Zeit ein bisschen upgegradet noch. Aber dann halt, sobald ich später... Ich bin im Stream. Ja, das ist schade. So was sind... Wildes Team hat auch Maxi geschrieben bei dir. Ne, ne, nicht das. Zutai, Bro. Wie viel Mora hast du ausgegeben? 100 mal. 100 mal 20k? Äh... Ja. 2 Millionen Mora für dieses Achievement. Wow. 100.000 Mora für ein Primo Jam. Das ist ein gutes Investment. Alter, endlich. Das ist crazy, man. Didn't even need a manual revive Benben to its former state. Was zum Fick ist Benben? Ähm... Das ist diese Dreiecksmaschine aus der Wüste. Warte... Warte... Ich glaub ich kann mal kurz den gehen. What the fuck? Anyways, ne, for real so. Früher hatte ich voll okayisches Artefakt-Luck. Dann in den letzten paar Monaten ist es abgefallen zu dem, dass ich häufig noch so Code-Pieces bekommen hatte, die maybe okay werden konnten, sodass ich sie noch gelevelt hab. So bis plus vier, plus acht, plus sechzehn vielleicht manchmal auch, wenn sie so okay gewesen sind. Und inzwischen krieg ich eigentlich nicht mal mehr Artefakte, die ich leveln kann. Sie sind eigentlich so dogshit, dass es sich nicht mal mehr lohnt, auf nem Cope-Level sie zu leveln. Äh, das ist Benben. Oh. Ja, ups. Stimmt, ich erinnere mich an den. Wie heißt das nochmal? Äh, das Achievement. Kannst du mal kurz nachschauen, wie es heißt? I don't even need a manual. Okay, wait. Ich will sehen. Peace up. Ich geh schon mal auf meiner Seite und markier mir das. Alter, das Achievement weg. Boom. Ah, ich hab's doch. Nice. GG. Ja, for real. Und dann halt in letzter Zeit sind die Pieces so schlecht, also wirklich, wirklich, dass ich nur noch Artefakt-XP ansammle. Früher musste ich noch die Artefakt-XP actually so normal in der Overworld ansammeln. Ich glaub ich konnte bald sogar mit Artefakt-Routen aufhören, weil ich einfach so viel Pech hab mit den Five-Star-Pieces, dass ich sowieso genug Artefakt-XP schon durch die Domain bekomme. Wenn ich so ein Piece alle, alle fünf Runs gefühlt. Okay, sagen wir mal, wenn ich jeden zweiten Run ein Piece auf plus vier leveln kann, und dann wieder schmeißen kann, und dann so alle actually so 30 Runs oder seltener actually ein Piece auf level 20 Level. So, dann brauch ich halt actually auch gar nicht mehr mehr Artefakt-XP zu sammeln. Wenn du Pieces nicht bekommst, ist sowieso so arsch, dass es sich nicht lohnt, die zu leveln. Das ist ja wirklich frech. Anyways, ich würd heute noch meine Bounties und Requests machen. Mora. Welcher Request? Bounties und Requests. Oh, achso. Du weißt, was das ist, oder? Ja, ja. Du musst dich am Sonntagabend richtig durchschwitzen. Einzel oder so. Warum? Weil ich dich immer vergess. Schade. Mein, warum rede ich mit dir? Ich bin hier für die Quest. Hier. Ja. Oder... Das ist crazy. Meine Unterhame haben actually heute ein bisschen Muskelkater. Schauen wir es bestimmt, dass wir hier mit Schiefen machen. Wie viel hast du eigentlich inzwischen? Wie viel bleiben? Ich hab übrig. Oh, ne Menge. Ich bin immer froh, wenn ich eine Kategorie durch hab. Weil dann wird die mir nicht mehr angezeigt und dann muss ich mich nicht freuen. In manchen fehlen mir nur noch eins. In vielen fehlen mir auch noch eins. Aber das sind halt so nervig. Manche wie Fische fangen, Hillichel suchen. Ich hab das Gefühl, irgendwas smugt bei meiner CPU wieder. Daily. Nee, ich schaue nicht. Boss. 100%. Alle Oculus. Bugig. Ich geh schon richtig. Aber ich muss da runter. Müsst du dir. Bist du der letzte, den ich kenn. Boah, warum lagts bei mir so? Was ist das? Okay, GPU ist actually grad sogar gut ausgelastet, weil UBS irgendwie denkt, es ist schwer, das alles hier zu berechnen. Schade. Aber stimmt, stimmt was sind CPU und Arbeitsspeicher dran. Ich schwöre von Leveln muss ich actually mein PC updaten. Sonst dead. warum was gefällt dir an dem team nicht was was gefällt dir in dem team nicht ja bennett alle anderen sind okay ja das okay für ein komplette katastrophe würdest bennett austauschen müssen mit chen yun und dann hast du das beste ja im miko team im game mit chen yun ja ja er plant es ist aber sehr schwer birdwomen kujusara nein birdwomen kujusara ist auch ein birdwomen ja ein tango ist theoretisch auch ein vogel es ist ein rabe also wenn wir jetzt aber ein joker ist sie dann eher mit birdwomen meine chen yun ach so cloud retainer ja ja natürlich schaff ich die nicht schade ja dann würde ich das team einfach nicht spielen würde ich selber nicht spielen oder gene vielleicht im notfall dann würdest du halt nicht ja ich habe sie ihn nicht war okay dann würde ich gar nicht spielen was du gerade machst ich bekomme es immer noch nicht einfach ja im miko nicht spielen so was ich habe sie extra gedaube krank was glaube ich ja der dann ja dann würde ich halt lieber so sie ja im miko fischel bei jura so spielen also habe ich nicht ja dann halt baiju farina fischel bei jura ich auch nicht du hast baiju nicht nein okay dann würde ich halt stattdessen dings spielen was komplett anderes äh nein mit jaujau jaujau ist gar nicht mal so bad ne jaujau ist eigentlich ziemlich gut aber es ist halt so ein bisschen koop weil sie nicht so gut healt und viel teil braucht aber es ist okay bei jami und fische weil sie beide sowieso gut als auch viel dps gespielt werden können also hast du aber auch stimmt du hast vorhin den nächsten patch zu kommen oder ja und kommt drauf an mit wem er reinkommt dann wahrscheinlich ja also sind eine vermutung man weiß es nicht fest aber dann brauche ich nicht moolani doch match also moolani auf und kinder sind auf jeden fall also im vergleich zu kasu ich würde mir kasu holen ja das auf jeden fall aber moolani auch must pull match ich werde es wahrscheinlich probieren aber ich werde halt nicht die primos dafür haben und das klick erst recht nicht just spend more ja just spend more blech nimm ich fange extra teilzeitarbeit an damit ich mehr blech nimm ja true so warum haben sie sich bei unserer stelle beworben ich brauche es ich brauche das geld für genshin impact dann bin ich direkt eingestellt ja mehr 2d waifus actually das game ist 3d das heißt kannst du sogar sagen es sind mehr 3d waifus auf dem 2d spiel ja das ist trotzdem auf einem ja genau 2,5d 2,5d wusstest du dass es tatsächlich dinge gibt die 2,5 die mit so einem los sind ja aber ich wusste nicht mehr was damit gemeint war ja es sind damit Traktale gemeint ja wieso weißt was das ist ja sagt mir auch nichts schade ja 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 das sind so mathematische dinge die sind voll cool die sind sehr chingling approved Wo mir fällt auf, dass Kokumis Jellyfish, ist mir schon länger aufgefallen, äh seit längerem aufgefallen, aber Kokumis Jellyfish macht ein paar Töne, aber es sind immer die gleichen. Das heißt, wenn du einen gewissen Ton hörst, weißt du, dass der Jellyfish gleich verschwindet und wenn's... Also du kannst hören, auf welchem Ton ist der vorletzte, und du kannst auch hören, auf welchem ist der allerletzte, bis der verschwindet. Hey, du weißt... Worüber redest du? Kokumis Jellyfish. So, wenn du nur den Elemental Skill machst, ohne den Jellyfish zu recasten mit ihrem Elemental Burst, oder den Cooldown zu resetten, kannst du tatsächlich heraushören, wann der vorletzte und wann der letzte Tick ist. Also beim letzten Tick wirst du's auch sehen, aber beim letzten Tick hörst du's auch. So, wenn du nicht hinschaust, der letzte Tick, du kannst es einfach hören, wann er weg ist. Ist das gerade mir oder wem? Ja. Ich hab... ich hab die nicht. Ja, ich wollt's einfach nur allgemein sagen. So, fertig. Fun Fun Fact. Cool. Mal sehen, wie lang ich's mir merke. Ich gebe ein paar Artefakt-Spots ab, die ich bei anderen gesehen hab. Ich stehe vielleicht, da hab ich auch scheiß, aber ich hab's gefühlt schon, dass ich's immer hören kann. Weil ich meinte grad, dass... ich hab's trotzdem richtig prädikten können. Ich... ich hör nochmal zu. Das ist der vorletzte und das ist der letzte. Ja. Ja. Ja, ich denk schon. Vielleicht liegt's auch nur daran, dass ich's von den Zahlen her richtig höre. Das ist so ein... so unterbewusst ein bisschen... das Zahlengefühl zuschlägt, aber keine Ahnung. Oder so rhythmusmäßig. Jetzt kannst du nicht endlich dieses Ding aus meiner Hand legen, wie du dir das scheiß Netz anfassen. Aber man hört's nur, wenn man drauf achtet, so. Der Ton ist zu leise. Es ist nicht penetrant genug. Nicht penetrant genug. Ja, es ist nicht so ein lauter Ton, der so direkt ins Ohr reinschlägt, wenn du's hörst. Weißt du? Mhm. So, vor allem, wenn man grad kämpft gegen die anderen, dann sind so diese lauten Töne von Gegnern ein bisschen... stärker vorhanden. Nein, nein. Jo, Battle Pass ist zwar schon lange max, aber... Ich kann hier mal so nachschauen, was mir dann fehlen. Ja, das muss ich nicht machen. Guck, Dishes. Okay. I guess. Ääh, dann bin ich ja nicht fertig für heute. Auf diesem Account. Dann könnte ich bei dir bloß machen. Nein. Jo. Wai, machst du grad auch Harte Fakt Route? Oder was machst du? Ach so, ja. Ach so, sch... So ein paar, die ich mir gemerkt habe. Du warst genau nämlich an der Stelle, wo ich auch jeden Tag hingehe. Und da war ich so, wait. Wait, Fessen macht Artefaktgrüten. Das ist crazy, man. Wobei, hey, wait, hold up, hold up. Die hier kenne ich gar nicht. Die würde ich auch sehen. Sag mal. Ich weiß nicht, ob das war das oder das war eins später. Das war es schon mal nicht. Aber einen Artefakt zu bei dir hat sie kommen. Nein, nein, nicht einen. Oh no. Ich schwöre, hier war mehr. Minus zwei. Minus zwei, die du am Tag einsammeln kannst. Zwei, drei. Okay, okay, ist fine. Minus drei Spots. Oh no. Minus vier Spots. Oh, seven. Okay, natürlich. Minus fünf Spots. Du hast drei bekommen und fünf verloren. Geil. Du kannst ja nur hundert Spots investigaten pro Tag, egal was es ist. Ach so. Combined hundert Spots. Das heißt, wenn du fünfmal nicht Artefakt-Spots einsammelst, hast du fünf für den Tag verloren, die du an Artefakte hättest ausgeben können. Das ist halt minus fünf. Minus ein Zwanzigstel aller Spots. Ich maximiere es auf in etwa 115 tatsächlich, weil ich so mache das hier. Du lädst auch Leute ein und die warten an deinen Spots. Nein, nein, nein. Aber okay, das mache ich jetzt nicht. Du sagst halt, ich mache das Schiff als letztes. Nee, ich mache actually 110 dann in etwa. Weil ich glaube, ich mache das Schiff als letztes. Das ist Sedaimaru und Sedaimaru hat so um die 14 Spots. Und die anderen Spots combined sind meistens so um die, ja, so 95 Spots. Dann mache ich das Schiff als allerletztes. Genau, und im Schiff sind halt nicht so viele. Ja, im Schiff sind sehr viele. Aber hast du nur acht Chickens oder wie hundert das ist? Äh, wie waren nur acht? Bitte was? Ja, anscheinend waren nur acht Stück drin. Und dann hast du wenig Healing Food. So weak. Ich habe maximal viel, siehst du? Sag mal. What the fuck? Willst du mal kurz mein Inventar sehen? Ja, du benutzt ja auch nie was. Deswegen geht es bei dir auch nie leer. Ja? Nein, ich habe das ja ein Spot. Ganz sehr lang, dass ich nur im Schiff. Also, ja. Ich glaube, ich gehe da erst auf einen anderen Account.